Wer zockt mehr? Stimmt. Wer jammert mehr bei Laufeinheiten? Eindeutig. Da gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Wer muss mehr in die Mannschaftskasse zahlen? Das wird sicher ich sein. Ja. Wer bekommt schneller einen Sonnenbrand? Falsch. Was? Ich krieg keinen Sonnenbrand. Ja, aber ich bin doch auch mediterran. Ja, dann müssen wir es so. Wer ist der bessere Autofahrer? So. Rico. Ja, Rico ist richtig. Eigentlich. Wer trinkt mehr Kaffee? Okay. Auch falsch. Ja. Ich glaub, das gibt sich nicht besonders viel. Also, wenn du so hältst, dann ist es gleichwertig. Ach so, so ist es gleichwertig? Ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Okay, die Rede hat mir noch keiner erklärt. Alles klar. Das hab ich jetzt entschieden. Okay. Wer trinkt mehr Kaffee? Wer würde eher einen Party-Marathon überleben? Party-Marathon. Kommt aus Trelleboi. Nicht schwer. Ja, vielleicht. Macht man viel Party. Wer muss mehr in die Teamkasse zahlen? Nein. Ich? Ja. Du bist Ebum, oder? Ja. Musikwolle. Ja, stimmt. Alles klar. Ja, vielleicht. Wer kann länger ohne Handy? Puh. Halb gibt's auch, oder? Was gibt's? Halbe Punkte hier. Halbe Punkte? Wie kriegt man halbe Punkte? Zeig den Rand der Kelle. Richtig. Ja. Wer trinkt mehr Kaffee? Ach du Scheiße. Oh, ich zeig mal eine halbe Kelle. Richtig. Wer würde eher einen Party-Marathon überleben? Uh, da ist echt. Falsch. Stein. Wer kann länger ohne Handy? Richtig. Wer trinkt mehr Kaffee? Schieres. Zalt. Richtig. Wer würde eher einen Party-Marathon überleben? Richtig. Richtig.